Hallo! Ja, ich freue mich, dass ihr Lust habt, mir zuzuhören, wenn ich euch was zum Thema Ernährung erzähle. Ja, das Thema heute lautet mit Krisen richtig umgehen. Wie passend. Ja, die Ernährung spielt natürlich in jeder Lebenslage immer eine wichtige Rolle. Sie begleitet uns ein Leben lang. Das heißt, es gibt auch mal Situationen im Leben, wo es vielleicht nicht so einfach ist, auf seine Ernährung zu achten. Und dazu möchte ich euch heute ein paar Informationen geben. Wie könnt ihr mit Krisensituationen in eurem Alltag leichter umgehen? Der erste Punkt ist immer regelmäßiges Essen. Warum sollt ihr regelmäßig essen? Das hat einen Zusammenhang mit unserem Blutzuckerspiegel. Das ist auch unabhängig davon, ob man eine Diabeteserkrankung hat oder nicht. Wir alle haben einen Blutzuckerspiegel. Wenn wir etwas essen, wo Zucker enthalten ist, zum Beispiel Obst oder Kohlenhydrate, Brot, Reis, Kartoffeln, Nudeln, aber natürlich auch jegliche Süßigkeiten, dann steigt unser Blutzuckerspiegel an. Dann muss unsere Bauchspeicheldrüse aktiv werden. Die sendet dann das Hormon Insulin aus. Und das hilft unserem Körper, dem Zucker, aus unseren Blutgefäßen in unsere Zellen zu befördern. Unsere Zellen können ganz unterschiedlicher Natur sein. Das können zum Beispiel Muskelzellen sein oder das können Gehirnzellen sein, dass wir einfach Energie haben zum Denken und letztendlich dann ja auch zum Arbeiten, zum Erledigen von verschiedenen Dingen. Regelmäßiges Essen hilft uns dabei, unseren Blutzuckerspiegel über den Tag konstant zu halten. Ich kann euch hier mal mitnehmen an mein Whiteboard, wo ich das so ein bisschen aufgezeichnet habe. Und vielleicht kann ich euch das dann nochmal ein bisschen besser erklären. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Es blendet hier leider so ein bisschen. Genau, ihr seht hier den Verlauf von dem Blutzuckerspiegel über den Tag. Und zwar beginnt hier, sage ich mal, der Tag. Hier haben wir den Blutzucker, hier haben wir die Zeitachse. Und wenn ihr aufsteht, dann habt ihr den Blutzuckerspiegelwert x. Und jetzt kommt es darauf an, ob ihr frühstückt oder nicht. Wenn ihr jetzt frühstückt esst, wo irgendwas an Zucker enthalten ist, dann steigt euer Blutzuckerspiegel an. Das ist gut und das ist auch wichtig, denn darüber werdet ihr auch satt. Ja, und euer Gehirn wird zufrieden. Wenn wir nämlich ganz lange Zeit nichts essen, dann geht es unserem Kopf auch nicht mehr gut, weil wir nicht mal ausreichend mit Zucker, also mit Energie versorgt werden. Deswegen hilft uns regelmäßiges Essen, uns vor Heißhungerattacken zu schützen. Ja, deswegen empfehle ich euch immer, drei Mahlzeiten am Tag zu haben, mit so ungefähr drei bis fünf Stunden Essenspause zwischendurch. Das hat den Vorteil, dass dann auch der Körper Zeit hat, die aufgenommene Energie zu verstoffwechseln. Wenn wir jetzt in einer Krisensituation sind, sprich wir haben vielleicht auf der Arbeit gerade extrem viel zu tun und haben ganz, ganz viel Stress, dann passiert bei manchen Menschen genau Folgendes. Vielleicht essen sie noch ein Frühstück, aber dann fällt das Mittagessen weg. Was passiert dann aber mit unserem Blutzuckerspiegel? Der fällt weiter nach unten, ja, der geht jetzt hier noch weiter runter. Wir unterzuckern vielleicht nicht sofort, aber wir bekommen schon solche Symptome. Einige Menschen bekommen Kopfschmerzen oder die sind auch nicht mehr so der besten Laune, ja, kennt ihr bestimmt aus der Werbung. Isst mal Snickers, du wirst schon wieder zu Diva, also das geht ja wirklich einigen so. Und was passiert, wenn wir weiterhin nichts essen? Der Blutzuckerspiegel steigt nicht mehr an. Wir fallen auch nicht auf Null, ja, das wäre lebensgefährlich. Da haben wir zum Glück unsere Leber, das ist sozusagen unsere Zuckergarage und die sendet dann kontinuierlich Zucker aus, sodass wir nicht auf Null fahren. Aber uns geht es in dieser Situation nicht so gut. Und was kann passieren? Es kann Heißhunger entstehen, weil wir die Essensaufnahme immer weiter hinaus zögern. Also vielleicht an diesem Punkt, irgendwann halten wir es einfach nicht mehr aus, wir haben Heißhunger. Was passiert dann? Wir kommen zu Hause an und stopfen alles in uns rein, was uns in die Finger kommt. Und was passiert dann mit unserem Blutzuckerspiegel? Der rast richtig in die Höhe. So. Und wie sieht dann oft unser Alltag aus? Viele gehen nicht ganz spät am Abend nochmal zum Sport oder so und trainieren dann diese aufgenommene Energie wieder ab. Nein, die gehen ganz woanders hin. Und zwar legen die sich hin, entweder ins Bett oder aufs Sofa oder wo auch immer. Auf jeden Fall passiert dann nicht mehr ganz viel mit Bewegung. Die meisten haben einfach einen ruhigen Abend und schauen Fernsehen oder lesen ein Buch oder so etwas. Also ich sage mal, bewegungslos. Und das ist eigentlich heutzutage mit unser Hauptproblem geworden. Man sagt auch, das Sitzen ist das neue Rauchen. Und deshalb würde ich euch empfehlen, achtet drauf, auch in Krisensituationen diese regelmäßigen Mahlzeiten einzuhalten, damit ihr eben nicht in dieser Bewegungsfalle landet und euch den Bauch vollgeschlagen hat und das letztendlich in unserem Körper dann zu Fett umgewandelt wird. Das ist ja dann auch das Fett, was uns oft krank machen lässt oder krank werden lässt. Und zwar das Organfett, das ungesunde Hormone an unseren ganzen Körper aussendet. Also, erster wichtiger Punkt, auch in Krisensituationen regelmäßig essen. Sprich, den Tag auch ein wenig durchplanen. Sich überlegen, wie ist mein Tagesablauf? Was muss ich vorbereiten? Muss ich mir eine vorbereitete Mahlzeit mitnehmen? Und wann habe ich auch Zeit zu essen? Also, sich auch wirklich Essenspausen einplanen und nicht einfach die Mittagspause sausen lassen. Denn gerade in Stresssituationen, euer Gehirn braucht Zucker. Ohne Zucker können wir nicht arbeiten. Ja, es ist ein riesen Forschungsgebiet. Das UKSH forscht da ganz vorne mit. Und zwar gibt es dazu auch ganz spannende Bücher, wie zum Beispiel das egoistische Gehirn. Wir können einfach nicht ohne Zucker leben. Und da nimmt eben am meisten auch unser Gehirn Zucker zu sich. Und das braucht es auch, um effektiv arbeiten zu können. Wenn ihr die Zuckeraufnahme immer weiter herauszögert, dann werdet ihr auch ineffektiver. Also macht ruhig eine Pause, nehmt euch diese Zeit. Danach seid ihr wieder leistungsstärker. Nun kommt es in dieser Situation aber natürlich auch darauf an, was ihr esst. So, und dafür habe ich ja oder arbeite ich mit dem Tellerprinzip. Die Leute aus meinen Kursen oder Einzelberatungen kennen das auch schon. Die es noch nicht kennen, denen will ich das jetzt einmal erklären. Das Tellerprinzip sagt schon der Name. Es geht also um einen Teller und zwar um diesen hier. Der sieht so aus. Also, was bedeutet das Tellerprinzip? Das heißt, wir beladen uns den Teller mit der Hälfte voll mit Ballaststoffen. Ballaststoffe sind unverdauliche Pflanzenbestandteile. Das heißt, wir scheiden die so aus, wie wir sie aufgenommen haben. Wir finden diese Ballaststoffe zum Beispiel in Gemüse, sowohl roh oder gegart. Also seid ihr ganz frei in eurer Entscheidung, wie euch das besser schmeckt. Und ihr könnt auch gerne auf Tiefkühlgemüse zurückgreifen. Für viele bedeutet sich gesund ernähren auch immer ein riesen Zeitaufwand. Man kann das aber minimieren, indem man sagt, okay, ich nehme etwas tiefgekühlt, das muss ich nur noch in den Topf geben und aufwärmen. Ein geeignetes Garverfahren ist immer beim Gemüse das Dämpfen oder Dünsten, weil es sehr nährstoffschonend ist. Da braucht ihr auch gar keine teuren Sachen kaufen. Gemüse kann man ganz einfach selber dünsten, indem man ein bisschen Wasser in den Topf reingebt. Und dann könnt ihr einfach ein ganz normales Küchensieb in den Topf reinstellen. Und dann gebt ihr das Gemüse in das Sieb hinein und deckelt drauf. Und dann wird das quasi gedämpft von dem Wasserdampf, der dann aus dem Topf aufsteigt. Was darin super ist, ist nicht nur die Nährstoffe werden super geschont, sondern das Gemüse behält auch einen viel extremeren und intensiveren Eigengeschmack. Die Ballaststoffe hier sind auch wichtig für unseren Darm. Unser Darm ist ja auch unser Immunsystem. Der Darm ist ganz wichtig und den müssen wir fit und aktiv halten. Durch Ballaststoffe wird die sogenannte Darmperistaltik, das sind solche schwingenden Bewegungen, intakt gehalten. Diese Bewegungen sorgen dafür, dass unser Darminhalt immer weiter befördert wird. Also für einen gesunden Stoffwechsel sollte der Darm immer gut in Schwung sein. Und das macht ihr eben über die Ballaststoffe. Hierzu gehört übrigens auch Obst, besonders Bärenfrüchte. Bärenfrüchte haben einen ganz hohen Ballaststoffgehalt. Dann seht ihr hier die nächste Gruppe. Das hier sind die Eiweiße. Ihr könnt sowohl tierische als auch pflanzliche Eiweiße aufnehmen. Tierische wären Eier, Käse, Quark, Fleisch, gerne fettarme Sorten und Fisch. Pflanzliche wären zum Beispiel Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen, Linsen. Da gibt es noch andere Lebensmittel, nur dass ihr eine Idee bekommt, okay, was gehört hier mit rein. Eiweiß ist extrem wichtig, denn wir können Eiweiß nicht speichern, außer in unserer Muskulatur. Wenn wir jetzt also zu wenig Eiweiß aufnehmen, dann nehmen wir Muskelmasse ab. Das ist schlecht. Wir wollen immer Muskelmasse aufrechterhalten, denn Muskelmasse ist ein aktiver Energieverbrenner. Ja, so ist es wichtig, ausreichend Eiweiß zu sich zu nehmen. Dieser Punkt sollte bei jedem Teller nicht fehlen. Dann haben wir hier die Carbs, also Kohlenhydrate. Die sind eben wichtig für unsere Gehirnfunktion, aber auch für unsere Bewegung. Es ist ein aktiver Energielieferant. Der Zucker landet aus der Nahrung in unserem Blut. Einige Zuckerarten nehmen wir sogar schon über die Mundschleinghaut auf. Und dann steigt unser Blutzuckerspiegel an und wir haben sofort Energie, um Leistung zu bringen. Dann haben wir hier noch das Fett. Fett ist ja nichts Ungesundes, wenn man auf die Fettqualität achtet. Hier meint man vor allem pflanzliche Fette. Das heißt, ein Olivenöl zum Braten oder vielleicht ein Rapsöl für kalte Speisen. Achtet immer drauf, wofür das Öl geeignet ist. Die haben einen bestimmten Rauchpunkt und ein Öl, was nicht zum Braten geeignet ist, hat einen sehr niedrigen Rauchpunkt. Das heißt, das darf nicht hoch erhitzt werden. Das steht aber auch auf eurer Ölflasche mit drauf. Genau. Also, auch in Krisensituationen achtet auf diese Lebensmittelkombination. Denn auch das hier beeinflusst unseren Blutzuckerspiegel. Wenn wir zu viele Kohlenhydrate essen, dann landen einige in so einer Art Fresskoma. Wenn man ein Riesenberg Nudeln isst, dann ist man manchmal selber ganz erstaunt, was man für eine Riesenmenge eigentlich schafft zu essen. Und da fehlt dann eben die sättigende Komponente. Und zwar die Ballaststoffe, die in unserem Darm auch aufquellen. Die nehmen Wasser auf und machen uns damit satter. Und es fehlt auch das Eiweiß. Auch das Eiweiß trägt aktiv zur Sättigung dabei. Deshalb ist dieses Tellerprinzip auch so nach diesem Modell aufgebaut. Also in Krisensituationen nicht nur an das regelmäßige Essen denken, sondern auch an eine geschickte Mahlzeitenkombination. Jetzt habe ich noch einige Tipps für euch, die man auch immer noch mit gut einbauen kann. Und zwar ist es nicht günstig, ungesunde Lebensmittel großflächig in der Wohnung verteilt, mit offen rumliegen oder stehen zu haben. Ja, wir werden dann immer wieder erinnert. Ach ja, wollte ich nicht noch ein Bocche essen? Ja, dann greift man bis zu neunmal mehr eben in die Schale, als wenn man es gar nicht sieht. Nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Also lasst eure Süßigkeiten nicht offen herumstehen, sondern packt sie in den Schrank. Wer sagt, das ist für mich gar kein Problem, auch wenn die im Schrank liegen, ich denke ganz oft an Süßes, dann macht es noch ein bisschen schwerer. Packt sie vielleicht auf den Schrank, wo ihr nicht so direkt drankommt, sodass ihr euch erst in den Stuhl nehmen müsst, wo ihr raufsteigen müsst und dann erst an die Süßigkeit kommt. Und achtet auch darauf, wie viel Süßes kauft ihr ein? Was braucht ihr wirklich? Also mir hilft es immer, dass wenn ich einkaufen gehe, ich mir selber die Regel setze, ich kann mir nur eine Süßigkeit kaufen. Und die muss dann für die ganze Woche ausreichen. Wann ich die dann esse, entscheide natürlich ich und wie viel ich davon esse und ob ich es überhaupt esse. Es gibt ja auch eben immer verschiedene Phasen im Leben. Mal nascht man mehr, mal weniger. Aber wenn wir uns eben gerade in einer Krisensituation befinden, dann neigen wir dazu, mehr zu naschen. Denn Zucker macht ja auch glücklich. Unser Gehirn wird stimuliert. Wir senden Glückshormone aus. Und von daher hilft es schon mal, weniger einzukaufen und auch auf die Packungsvergröße zu achten. Je größer die Verpackung, desto mehr Inhalt, desto mehr esse ich auch tendenziell davon. Also das hilft auf jeden Fall auch. Dann kann es helfen, in einer akuten Heißhungersituation den Geschmack ein wenig zu verwirren. Also, was meine ich damit? Zum Beispiel mit etwas sehr saurem. Presst euch vielleicht ein bisschen Zitrone aus und trinkt das. Dann habt ihr einen sehr sauren Geschmack im Mund. Oder man kann auch sehr gut mit Bitterstoffen arbeiten. Also macht euch vielleicht einen kleinen Espresso und trinkt den, sodass der Geschmack dann auch in eine andere Richtung stimuliert wird. Oder es gibt auch so kleine Bittertropfen, die man nehmen kann, die auf pflanzlicher Basis sind. Oder man nimmt ein kleines Stück wirklich ganz dunkle Zartbitterschokolade und lässt das im Mund zergehen. Das haben wir übrigens ja auch in der letzten Kurseinheit mit der Gruppe gemacht. Und da ist einigen ja auch aufgefallen, auch wenn die vorher vielleicht immer nur Vollmisschokolade gegessen haben, dass man gar nicht so richtig hinschmeckt. Also wir essen teilweise unser Essen und schmecken es gar nicht richtig. Und sich einfach mal die Zeit dafür nehmen, sich hinzusetzen und auch das zu genießen, was wir zu uns nehmen, hilft oft, dass wir nicht maßlos werden. Dann kann natürlich auch ein Geschmack wie zum Beispiel Pfefferminz helfen. Ihr kennt das, wenn man morgens die Zähne geputzt hat und möchte dann vielleicht zum Frühstücken ein Glas Saft trinken, dann schmeckt das Glas Saft überhaupt nicht. Ja, und so soll das auch helfen, nicht so viele Süßigkeiten nach dem Zähneputzen zu essen oder nach dem Kaugummi kauen oder vielleicht mögt ihr auch frische Minze im Mund haben oder vielleicht auch einen Tee selber aufgießen. Einfach frische Minzblätter nehmen, heißes Wasser drüber, fünf Minuten ziehen lassen, fertig. Ihr habt einen anderen Geschmack im Mund. Das leitet auch schon den nächsten Punkt ein und zwar den Punkt Trinken. Wir verwechseln ganz oft das Durstgefühl mit Hungergefühl. Wir haben in unserem Gehirn den sogenannten Hypothalamus, der sitzt ziemlich zentral und der meldet uns das Durstgefühl. Ein Durstgefühl entsteht aber erst, wenn der Körper sozusagen schon in einer Notsituation ist. Das heißt, ihr habt davor schon zu lange nichts getrunken. Ihr solltet also immer regelmäßig Flüssigkeit zu euch nehmen, damit dieses Durstgefühl gar nicht auftaucht. Allgemein ist eine ausreichende Trinkflüssigkeit immer empfehlenswert, außer ihr habt eine Trinkmengenbegrenzung aufgrund von Herzproblemen. Die wird euch dann aber auch vom Arzt vorgegeben. Ansonsten hilft uns die Flüssigkeit, den ganzen Stoffwechsel in Schwung zu halten. Sie hilft den Ballaststoffen im Darm aufzuquellen. Sie hilft auch dem Körper, die einzelnen Vitamine und Nährstoffe durch euer ganzes Körpersystem zu leiten. Und es macht auch satt. Zudem bekommen einige bei einem Trinkflüssigkeitsmangel Kopfschmerzen, sind nicht mehr so konzentriert. Einen geht es einfach nicht mehr so gut. Also denkt ans regelmäßige Trinken, auch in Krisenzeiten. Ganz extrem wichtig. Dann ist es auch wichtig, ausreichend zu essen. Macht eure Portionen nicht so mini klein. Wenn ihr weniger esst, dann habt ihr tendenziell mehr Hunger und könnt diese Mahlzeitenpausen nicht einhalten. Mahlzeitenpausen sind aber extrem wichtig. Denn wenn ich dem Körper immer wieder kleine Zuckerstöße zu gebe, dann kann der Körper nie komplett verstoffwechseln. Weil der nimmt sich immer erst mal die Energie, dem ich ihm aktiv zugeführt habe. Also wenn ihr zum Beispiel ein Vollkornbrötchen mit Käse und Gurke und Tomate esst, dann habe ich ja in diesem Vollkornbrötchen Zucker. Und dieser Zucker landet in meinen Blutgefäßen. Und der Körper nimmt jetzt dann in dem Moment nicht die Reserve, die ich vielleicht loswerden möchte, die auf meinen Hüften sitzt, sondern der nimmt erst mal den Zucker, den ich aktiv über dieses Brötchen zugeführt habe. Also in dem Moment seid ihr nicht in einer Verbrennungsphase. Ja, deshalb ist es gut, auch wirklich Mahlzeitenpausen zu haben. Also auch mal nichts zu essen. Dafür muss ich aber zu den anderen Mahlzeiten ausreichend gegessen haben, damit ich auch satt bin, sodass ich diese Pausen auch einhalten kann. Ja, und letztendlich ist es auch ähnlich wie bei den Süßigkeiten. Beladet euch euren Teller und setzt euch dann in Ruhe an euren Essensplatz und nehmt dann bewusst diese Mahlzeit auf und lasst möglichst nicht alle Töpfe und alles um euch herum stehen, denn das verführt dazu, immer noch mal nachzunehmen. Wenn ihr noch nicht satt seid, könnt ihr immer nachnehmen, aber als erstes dann Gemüse, weil das letztendlich euren Magen füllt. Es hat viel Volumen und wenig Energie und ist natürlich wieder besonders günstig für den Darm, für die Darmflora und damit auch für euer Immunsystem. Ja, hauptsächlich sind ja diese Videos jetzt entstanden, weil ich meine Gruppen leider im Moment nicht betreuen kann und die Gruppen erhalten die Information auch nochmal einmal per E-Mail und ihr könnt euch gerne für Fragen oder Anregungen bei mir zurückmelden. Ich beantworte eure Fragen dann auch im nächsten Video. Ich hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen und habt jetzt vielleicht eine Idee bekommen oder vielleicht auch verschiedene Ideen bekommen, wie ihr mit Krisensituationen besser umgehen könnt. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Vielen Dank.